Hallo Leute, herzlich willkommen auf Dinger Sanogaming und heute spielen wir mal wieder den Minecraft Dungeon. Haben wir ewig nicht mehr gezockt, deswegen würde ich sagen wir gehen rein in den Wüstentempel und starten die Mission. Let's go und ich bin dann mal ruhig. Sobald es losgeht. Keine Ahnung, wann es losgeht. Jetzt geht's los. Okay, dann würde ich sagen legen wir doch mal auch direkt los. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier kommen doch jetzt schon die ersten Gegner, das sehe ich doch jetzt schon. Egal. Da sind sie doch schon. Scheiße. Ich bin eine blöde Spinne. So. Okay. Habe ich geschafft. Hitze. prueba ich ihr Herzen. Verwär. Gerrült. Ja, moin. Ich will ihn ja erstmal töten, damit ich hier Ruhe habe. Ich sollte hier mal ganz schnell weg. Boah, fast gestorben. Gegen der blühen Spinne hier. So, ja, zack, okay. Okay, Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Liken, Abo und Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und auf jeden Fall vielen Dank an die 400 Abonnenten. Ich habe auch im Konvent schon dazu geschrieben. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. So. Aber, aber ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, ne, also vielen Dank auf jeden Fall für euren Kassen-Support. Das freut mich sehr. So, wir können hier schon wieder regenerieren. So, also langsam neigen wir uns da auch zum Ende zu. Mann, diese blöde Spinne immer. Aua. Mehr so blödes Schlau-Support. So. Hm. Ich weiß nicht, warum ich hier ausgerechnet nicht hingelaufen bin. Hier muss ich eigentlich gar nicht hin. Aber tue ich mal kurz. Naja, aber hier ist doch nichts. Naja, warum bin ich hier hingelaufen? Wie dumm. Egal. Gehen wir doch mal weiter. So. Ob nö. Bam. So. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Der Hammer ist so stark, ne? So, so. Durch gewascht hier einmal. Da ist auch nichts. Okay. Dann können wir weitergehen. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt mein Ziel ist. Aber. Kriege ich schon hin. Nö. Aua. So. Komm her. Scheletto. Hier passiert doch jetzt irgendwas. Finde den goldenen Schlüssel. Na gut, dann suche ich den drumherr. Wird wahrscheinlich relativ... Wahrscheinlich hier irgendwo sein. So. Mh, mh, mh. Okay, der goldene geht wieder zurück. Das ist nicht so schlimm. So. Jetzt kann ich den mitnehmen. Achso, ich muss da durch. Komm her, du blödes Viech. Boah. So. So. Ist hier irgendwas? Nö. Kann man einfach nur hochreden. Okay. Aua. Ja, Junge. Boah, war das knapp. Ähm, wir sollen hier hin. Das namenlose König. Okay. Mh, 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 mh. Jo, okay. Wieso nicht? Okay, den habe ich relativ schnell gebildet. Aber diese ganzen Spinnen hier. Bamm. Bamm. Bamm, bamm. So. habe ich erledigt das ist doch nice 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 jetzt habe ich die alles klar wo ich muss sie kurz mal alle hier mit den pfeilen wir essen immer hier runter wo ist eigentlich der fall da unten das ist ein tempel oder irgend so was keine ahnung wieder auf jeden fall nach einem tempel aus ich hab irgendwas aktiviert auch nö aua aua okay okay ist ja gut ist ja gut so ja es werden immer mehr diese schilder die die haben boah junge so kommt jetzt noch jemand ne so Ja Moin So Egal So Du kommst auch Du auch Du auch Du auch Du auch Weil ich wasche hier grad so durch So Was 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 Aber diese ganzen Skelette hier ey Die stehen einem auf den Sack So Die sterben hier blöd Skelettos Ja Moin Weiß ich Ich hab die Wow Was passiert hier Ich hab grad Die Die Rakete Freizeit So So Perfekt Oh nö Warum seh ich nix Ah Ah Da ist der Enderman Okay Wow Wo kommst du denn her Ich hab ihn fast Bam Das ging schnell So 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 Erledigt Bruder Was ist das für ein Kram Bam Boah Boah Junge war das ein Kampf gerade Shit Verpüßt euch mit diesen blöden Dingern So Aua Hilfe Hilfe Ich will nicht kämpfen Oh Wow Ich sterbe Ich will nicht sterben Ja ich zieh auch noch mein Leben oder So Kommen sie her Oh So Machen wir da oben Boah Boah Komm her Du auch So Let's go Hol dir den Stab Was für nen Stab Was für nen Stab Mach den da oben Mach den da oben Aber wie soll ich denn da hochkommen Ne hier komm ich nicht hoch Ah Aha Aha Okay 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 Die Abfallung Nö Wie soll ich denn da hochkommen Ich check das nicht Ich bin zu blöd um das zu schenken Spiel Spiel Wie dir Ach ich bin so blöd ich muss das ja akkumieren irgendwie Jo Jo Aua Hilfe Pissen sie sich Fast gestoppt Ich lege noch Boah 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 das ist der Bosskampf Ich lege noch Ich lege noch Ich glaub der kommt grad zu mir kann sein Ich hör irgendwas Hilfe Mama So dann kriegt der nämlich Schaden dadurch Wo Ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich kann nix machen ich sterbe ich sterbe ich sterbe doch nicht wo Boah Ich frag mich wie ich das überlebt habe Bitte gib mir ihr Leben bitte gib mir Leben Weil er jetzt einfach alles drauf So Boah ich hab ihm so viel Leben abgezogen das geht ja gar nicht Gute ist hier hinter können die mich nicht so attackieren wie sie es sonst können Wohl ja ok ok Wo Hilfe 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 Wo Boah Leute das ist mal so ein knappes Ding Bleib stehen So Junge Diese Folge wird auf jeden Fall sehr lange sein Steht fest So jetzt hab ich die Rakete jetzt kann ich den Combat-Compat landen Komm her Wo bist du Schatz Ja Junge was soll ich denn machen wenn hier so viele sind Aua Warte Warte ich komm jetzt da drauf Jo Alles klar Natürlich das soll ich ja auch überleben ne One Ich renne einfach nur Aua Aua Scheiße ich bin in der Zwickmühle Ich bin in der Zwickmühle Hallo gib mir schnell die Leben danke Aua Ja Aua Aua ich bin gestorben Aua Was für ein Dreck Aber er hat nicht mehr so viele Leben Das ist klar Kommen sie her Ich besiege sie jetzt Ja brauchst du gar nicht so lachen du blödes Gott weiß ich was du bist Namenloser bist du So heißt der auf jeden Fall Wo ist der denn jetzt Äh wo muss ich denn jetzt hier hin Mann Ne geht weg Ich will mit euch jetzt nichts zu tun haben Wisst euch Mir zu diesem Namenloser Ah hier ist der ich hör den doch schon Jo Warte Tschüss Komm her du blödes Viech So Wo muss ich jetzt hin Ich komme aus dem Tempel Okay Mach ich Jetzt ist es hier auch offen Tschüss 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 Bam 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 Mann ich hasse diesen Rückstoß da Bam Ja natürlich ist hier dann noch so einer Jetzt habe ich den nicht getroffen bin ich blöd Jo wie viele sind denn hier Hilfe Ja ich sterbe Ja ich sterbe Ich sterbe nicht Geh weg Och Mann ich habe nur noch ein Leben Ja ich lande natürlich auch direkt hier in der Mitte Ja jetzt Komm jetzt her Danke Okay So So Bam Geht Down So Boah Eigentlich jetzt endlich hier raus ja Ja Der Stab des Necromanten ist zerstört Wieder konnten wir die Pläne des Erzillagers vereiteln Junge war das eine schwere Geburt Aber ich habe es geschafft weil ich der King bin Hab fast verkackt Hatte nur noch ein Leben am Ende aber ich habe es trotzdem geschafft Ja 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 Nächster an Okay was kriege ich Kriege Schockpulver Aha So Können wir mal gucken was wir jetzt hier alles so gesammelt haben Äh Inventar öffnen genau So also der Hammer ist 32 Warte dem Bogen Der ist 14 bis 9 119 Fernkampfschaden 56 Nahkampfschaden Das hat er 32 Nahkampfschaden 54 Nahkampfschaden Bin ich lieber den hier nehmen ne Mann So Kann ich den auch noch Dingsen Joa Habe ich dann auch noch verzaubert Perfekt So den Bogen Komm mal richtig auf Weil der ist nämlich auch verzaubert Hm Ja die kann ich noch drin haben weil da habe ich noch genug von Ja Okay aber die kostet So Okay Der Rest kann eigentlich in die Kiste hier rein Äh Ins Lacken So So Hey Okay Leute Wenn euch das Video gefallen hat Hallo Dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar Schaut aus wie mein Discord selber vorbei Nochmal vielen Dank an die 400 Abonnenten Das hat mich sehr gefreut Weil ich auf YouTube gekommen bin und geguckt habe Ähm ja vielen Dank für die 400 Abonnenten Äh Die Video Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst Und macht auch gerne bei meinem Discord noch mein Ziel voll Nämlich die 300 Member Werde mich auch freuen Habt nen Traum auf den Tag Haut rein Leute Euer Sandok Ciao Ciao